Wie viel Zeit verbringen Vizekanzler Robert Habeck und seine Frau Andrea Paluch miteinander? Die Autorin hat nun aus dem Nähkästchen geplaudert. Seit 1996 sind Vizekanzler und grünen Politiker Robert Habeck, 54, und seine Frau Andrea Paluch, 53, nun schon verheiratet. Kennengelernt haben sich die beiden während des Studiums im dänischen Roskille. Abseits vom politischen Geschehen arbeiten sie an ihren heimischen vier Wänden schon seit Jahren immer mal wieder an literarischen Projekten. Ihr Roman Hauke Heinz Tod, 2001, ist nun verfilmt und auch als Theaterstück adaptiert worden. Bleibt bei all dem Trubel noch Zeit für Alltag und Ehe? Andrea Paluch über Ehe mit Robert Habeck, sehen uns noch genug. Im Interview mit Welt spricht Paluch über die enge und intensive Zeit, als sie und Habeck Anfang der 2000er den Roman verfasst haben. Damals seien sie ja immer, also 24 Stunden am Tag gemeinsam zu Hause gewesen, auch wegen ihrer vier gemeinsamen Kinder. Ihr Zeitkonto habe sich dabei dermaßen gefüllt, erinnert sich Paluch. Das sieht inzwischen anders aus. Seit Dezember 2021 ist Habeck nun schon Stellvertreter von Bundeskanzler Olaf Scholz, 65, SPD, und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Und deshalb beruflich viel unterwegs. Für die Autoren sei es aber nicht so schlimm, wenn wir uns mal nicht so regelmäßig sehen. Sie betont, wir sehen uns noch genug.